Guten Abend beim Wetter. Wenn Sie jetzt auf Sonne pur eingestellt sind, dann müssen Sie noch etwas ausharren. Denn was gehört zu so einem Sommerwetter dazu? Richtig, die Gewitter. Und die haben sich heute am Nachmittag so entwickelt. Also in Kärnten und in der Steiermark hat es gedonnert und geblitzt. In Feldkirchen in Kärnten sind 50 Liter am Quadratmeter in nur einer Stunde zusammengekommen. Ja und morgen am Dienstag gibt es auch Gewitter und auch Regenschau, vor allem in der Osthälfte. Ganz im Westen bleibt es aber die meiste Zeit trocken und auch zeitweise sonnig und es wird warm. Die Temperaturen liegen am Nachmittag bei 20 bis 26 Grad. Am Mittwoch gibt es dann ähnliches Wetter. Es wird eine Spur frischer. Am Donnerstag am Feiertag gibt es noch ein paar dichte Wolken, aber dann Richtung Wochenende kommt dann der Sommer zurück. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend.